Was ist denn passiert mit dir? Du warst doch sonst nicht so ne Pussy. So scharf auf den Knast bist du? Mach es doch. Lass mich da raus. Pussy. Es geht dir her! Sie haben mich nicht reingelassen! Kann auch nicht sein! Du musst es nicht reingelassen! Was muss ich nicht machen? Mann! Ich lasse die Sympathie bei den reichen Schlöseln zum Affen machen lassen! Mann! Ich habe mich nicht reingelassen! Das ist gut! Mann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, ey!